ja willkommen mein name ist anirolp und ich begrüße euch zurück zu let's play tsox der zwei in der letzten folge haben wir den wechselmodus auf elite geschafft mussten gegen gaios und wingol kämpfen was richtig lustig war und in dieser folge werden wir uns noch eine nebenmission hier widmen und zwar im tempel exilen tempel exilenwälder und habe ich eigentlich noch was anderes also schon aber mache ich nicht ja wir wissen dass die man aufhangen der streinigung von denen habe ich bekommen nachdem ich die ganzen die letzte mission von dem tempel exilenwälder ich habe irgendwie im ärger eine totalen kluft erledigt habe und ja dem ich die letzte auf abgegeben habe auf screen durch die missionen bekommen und konnte ich annehmen und jetzt gehen wir mal ein und gucken was da los ist das ist für ich weiß genau was jetzt kommt was für eine art gegner oder zwei gegner vielleicht wenn es irgendwas also wenn es hier am tempel ist dann könnte er vielleicht sogar sein ich gehe mal hier in der nähe speichern falls ich darf ist auf jeden fall kämpfen und anscheinend müssen wir da reingehen also habe ich schon eine starke vermutung was wir machen müssen und gegen was wir kämpfen müssen ja ich kann mich auch ihre also nicht jedenfalls hier kampf stellung bezogen und guck mal ich habe noch ein gericht irgendwie hat meinen ganzen wert um 25 prozent erhöht also ja immer anders da drinnen da die beiden genau die beiden es sind die schreinjungen von tess und patel maxwell ich wusste ja werdet kommen wir kommen beim schreien der ewigkeit und wo ist sie wohl drohungen um die wir uns kümmern sollen habt ihr nicht gesagt ihr werdet vom großen geist der ewigkeit angegriffen und du musst der nachkomme von kresnik sein wieso denkst du du hättest eine chance gegen kronos den herrscher über raum und zeit versteht ihr denn nicht wenn der prozess der seelenreinigung unterbrochen wird wenn alle in die unterwelt hinabstürzen eine dunkle verdorbene welt aus der niemand fliehen könnte nein woher wisst ihr das alles nun vielleicht sollten wir es euch erklären wir sind der große geist der ewigkeit unmöglich maxwell hat euch vor langer zeit versiegelt möglich und plausibel aber wir hätten die siegel jederzeit brechen können keine macht kann uns bezwingen wir haben eine zeit lang bei dem spielchen mitgespielt so lange es uns amüsiert hat aber jetzt reicht es ihr gesindel seht nicht gerade nach raus als werdet ihr zu vielen zu gebrauchen muss ich zugeben ihr seid die perfekte übung von unserem bevorstehenden kampf gegen kronos das stimmt nun zwei geister im gedanke ein gedanke pass auf die beiden sind keine gewöhnlichen gegner das stimmt der große geist der ewigkeit und der herr der unterwelt ich bin pluto ok sie ist aus wie odin oh gott die viecher genau die ich habe ich mir gedacht kommen wir zur diener und popo diener und der aber der ist nicht so stark anscheinend ne 95 liebesbeute die bezweite naa naa na naa dann dem boden mit dem aufhören weg war willst du denn hier was okay das könnte jetzt vielleicht nervt und irgendwie flüchten nicht mit gern doch jetzt leider aber ja wahrscheinlich werde ich von dem man klauen kann diesen ganzen gewusel doch ein bisschen sehr knapp konzentrieren hat sich die viecher die doch erschienen sind nachdem wir alle perlennagel von namen oder kugeln oder was auch immer noch mal war im ersten teil weiß ich genau alles außer licht da für mich mal anders wort noch gehen an ich glaube nicht von mir das ist so vor jetzt brauche ich eigentlich nur schusswaffen die gleichen effekt haben wie meine haben meine schwerter als reicht ich kann auch kugeln schießen mein kommand das war auch schon mal irgendwie stärker das ist jetzt irgendwie nicht mehr so überpowered jetzt mal war ich habe ja ich habe ja zwei gedrückt man ich hoffe ich habe zu gut geweckt aber ja auch hier ab trotzdem kein problem der typ kannst du sagen ach ja da ist dunkelheit tut nichts irgendwie nicht anruf ich weiß es kann ich warte mal dass hier ist ich glaube ich habe ich bin der einzige der auf den los geht hat sein wenn wir nicht eigentlich mit tut ok so war es sind seine beine so groß dass er einfach durchslippen kann ja irgendwie kommt mir also vor als hätten die den typen einfach so hier rein geklatscht in das spiel das ist einfach irgendwie nur so ein odin verschnitt ich glaube gibt es da auch schon ein bisschen länger in der test auf serie oder mein müde geht doch mal weg man mag zum teufel hilfe alter was ist mir los alles damit schon sehr irgendwie gefangen diese bälle was sollen wir sind so weg gott sei dank naja du kini bis herzler krepp man kann ich nicht tauben und wenn ich am boden stehe dürfte eigentlich auch nicht hätte auch die fähigkeit oder da hat er ihn nicht hier raus was hat denn was hat mich am boden verfolgt ich bin mir immer ein verbundet man hat gibt es doch nicht ausgerechnet jetzt und los das zieht auch viel ab da hat viel abgezogen dunkles siegel sehr schön moment mal immer mit der ruhe okay das war jetzt aber gerade viel zu heftig ja echt ich dachte schon wir würden sterben ich habe dir doch gesagt dass wir die baker lieber ernst nehmen sollten was ach egal ich weiß nicht ob es so ernst war ich meine der herr der unterwild kann nicht sterben was ist passiert ist das dieselbe person wie vorhin wohl etwas langsam kleine versucht immer mal mitzuhalten kann man jemand erklären was hier eigentlich vor sich geht warum hast du es abgesehen pluto hallöchen lange nicht gesehen max jeder wurde jemand in einen wirklich sexy körper wieder geboren wenn du nicht viel essen würdest könnten wir vielleicht auch so aussehen als maul du antwortet mir warum habt ihr uns angegriffen du weißt dass diese rotzlöffel groß versucht in diese welt einzudringen richtig und ich dachte ich meine wir gehen einfach nach kenan und sagen ihm unsere meinung meine meinung ihr wolltet diese welt also beschützen na klar ich weiß nicht wir könnten auch einfach alles euch überlassen also was jetzt sei sie ist ein bisschen launenhaft findet ihr nicht schätze ich weiß genau was das heißt aber wenn du damit meinst dass ich von allem der lässigste große geist bin dann hast du recht ja lässt sich mal man sollte denken wenn man ein sterbchen ist hat man besseres zu tun aber das haben wir nicht was habt ihr euch dann in dieser welt ist das nicht offensichtlich wir haben hier so unglaublich viel spaß was denn sonst krieg zwischen menschen und geistern zum schreien wie könnt ihr nur so eigennüßig sein moi eigennüßig ne moi eigennüßig jeder ist eigennüßig keiner jeder in diesem krieg deshalb ist es ja auch so unterhaltsam ich sehe seit tausenden von jahren zu wie er sich entwickelt habt ihr erinnert wie viel popcorn wir schon gefüttert haben hört mal leute macht einfach so weiter zieht euer ding durch und wenn ihr strauchelt nun dann kommen wir vielleicht wieder zum spielen aber das nächste mal tun wir das in meiner welt und wir hören erst auf wenn ich es sage was zum teufel das war ein trottel aber sie hat recht stimmt ich verstehe warum dieser krieg auf einen außenstehenden wie eine farce wirken kann aber wir sind nicht das publikum stimmt ob komödie oder tragödie es ist der zustand der welt und damit basta das leben ist so kurz dass wir lernen müssen zu genießen was wir haben und wie genau wir ist irgendwie das und wie wir uns irgendwie durchschlagen ja schädigung der schreien umfang der katze ist okay okay aber kann das gemeldet werden ja ich werde gerade so irgendwie auch auf einmal kommen ja voll viele große geister noch vor origins am ende ja okay das hat man schon genau dann kam irgendwie den ganz hier ja ja pluto jetzt mal ein tempo dafür ja super wenn also läuft aber nicht er war schon wieder weiß schon wieder nicht machen sollen ich werde versuchen gegen einen von denen zu kämpfen die machen mich fertig ich war immer noch das ohne eines eines aber ja wo soll ich das hernehmen hier gibt es auch nichts neues ja das kann ich immer noch nicht alles herstellen ich mag die kleinen sachen an hohoho guck mal die kleinen sachen an welcher verbrauche so und nun sehr schön und gut jetzt tempo das ist jetzt auch was ich schon hatte ja erzelt sehr super euch irgendwie noch aktiviert vielleicht so wir haben ja theoretisch alles jetzt inklusion erledigt da kommt natürlich noch irgendwas aber im moment haben wir alles erledigt ja das erdingens hier hat mal er da ist rein okay ich wollte schon sagen dass er noch im ort oder so ja dann weiß ich nicht aber eigentlich alles erledigt erst mal verdammt das heißt ich muss im kursium ausgehen hier alles kaputt hauen wenn jetzt noch mal in die vergangen und gucken ob jetzt etwas hergestellt werden kann ich auch immer noch nicht aber mal sehen wir haben jetzt einfach fügt waren modisch schon mal geschafft also kommt schon mit dem anruck alter da wäre richtig heiß wenn aber schwierig hier gegen geist und wingold mit jedem charakter zu bekämpfen welche nämlich ludger auf jeden fall immer mitnehmen aber wird er noch länger dauern aber ihr eigentlich jetzt naja kampfmusik übrigens ich auch gemerkt ganze kostüme die ich von den anderen charakteren bekommen habe ändern auch die kampfmusik wenn ich richtig geil bei kann ich aber zeigen nehmen wir mal hier das outfit bands wieder andere kampfmusik echt gesagt gar nicht weil mein fernseher so leise ist wenn ich erlaute man dann immer alles mit auf ich hoffe in der aufnahme hört man es ein bisschen besser deshalb kampfglied wenn man gegen music kämpft und er passen würde weil das hat kostüm von mir sehe ich aber nochmal noch elvins outfit immer mal durch und so schnell ich glaube zu machen war ich weiß nicht mehr dass kampfmusik ist wie gesagt ich höre es auch nicht weil es ein bisschen leise ist gerade weil wegen mikro und so was alles gerade erklärt haben wir noch irgendwas ich glaube nicht nicht mehr wie das haben doch netter nebeneffekt das war schwer kampf thema da war zweiter dritte kampf thema und wieder kampf thema ändert sich wenn man mit den anderen karakteren die zelle 1 klamotten anzieht da probieren wir jetzt alles mal aus kampf thema hat mir nicht richtig geil man sollte jedes spiel irgendwie machen ganz ehrlich wenn man nicht immer die gleichkampf musik hört also meine nette abwechslung hallo das wird man noch mal ob wir da was herstellen können wenn nicht dann nicht wenn ja dann geil ja sehr wohl wenn man so ein bisschen xylia 1 fliegen haben möchte ja allein wegen sowas ist das spiel doch schon richtig geil das war die sieges musik solche sachen muss man doch auch beachten so viel service was hier drin ist ja wo ich das mal an so hat profilbild hier hat sich geändert da nicht okay ja auch gemacht sind aber allein so weit ist doch schon auch hier gut sollte irgendwie so beachtet werden wenn man ein spiel bewertet hey da ist ein shop der chef macht die besten richtung auf dem markt das einzige was besser ist sind die die ich mache irgendwann in der zukunft war nur ein witz haja weil sie in den arena dominiert wie mir gefällt eure einstellung ich will euch alles verkaufen mein stammenleister eben aufgetaucht wenn ihr etwas benötigt fragt einfach ihn okay haja gut sehr gut da muss ich auch meine ganzen charakteren dabei haben ok lehrer sich da unten so mit bewegung das wird ich auch von jedem 1 hier ich bin genauso ich jetzt hier wo ich mein geld war haben ich komme jetzt von jedem was hier da kann ich mir bestimmt die neuen waffen holen sagt okay wahrscheinlich brauche ich mehr oder so dann gehen wir mal nach dinge zu einer lavaröhre ja glaube ich bin jetzt unten oder da ist ein shop ich möchte von einer seite rein hier ist ein bisschen kürzer wir sind nicht egal aber wenn wir so nach auf neue waffen und so kommen aber einer kukai ist jetzt auch einen shop ich weiß ein shop ein typ der irgendwas von kolossierung gesagt hat weil sie jetzt nicht gleich mal gucken ist ja auch so ein shop da drauf sein sehr gut da kann es irgendwie noch nicht gewesen sei ich glaube das nicht muss doch bestimmt irgendwie so charakter dinge geben hier wo wir gegen jeden hauptcharakter kämpfen können oder wäre jedenfalls gut wir haben ja schon mal wir konnten ja gegen kämpfen im bad ending also glaube ich nicht dass irgendwie an charakter modelle oder irgendwie so mangel oder so also das wird schon machbar sein die waffen müssen jetzt müssen ist jetzt aber bringt ich hatte irgendwie schlechter als sie in fern und sind ja ich möchte aber richtig geile sachen sehen wenn man es dann nicht gleich alles noch ausrüsten natürlich so ja er hat es ja dann ich werde euch jetzt überhaupt ich denke ich habe das zeug dazu gemacht meine waffen zu entfesseln bocher war zum astropos der schicksals töter dann schwächer als ja okay wir haben ja diese ein waffen lacheses schicksalsbreiter wie war so geht das nämlich und ich hoffe trotzdem hallo und dort kaiserliche handschuhe ja wir werden auf jeden fall sehr gut im kursium ihren nutzen finden und dem dingens im bonus dungeon da ist doch unnormal da möchte ich alles live so sehen da kann man meine kuka eishöhle gab es da einen shop ich weiß nicht ein typ kolosseum irgendwie mit dem kursium zu tun haben wollte oder so weiter nicht scheint nicht ich sehe keinen shop dann gehen wir mal nach was weiß ich wie immer kennt man ja und rüsten uns erst mal neu aus dann hier kaiserliche anschaut vielleicht mal die werte an kp kriegen war dazu wirklich chance gegner zu betäuben die sachen und fernmann waren schon überpowert recht hat man 1500 1200 dann noch p verteidigung also was ja okay bei jules glaube ich standard hat die dinge p verteidigung zur rüge so kurik treffer stellt für ihn gegner den musik kapitel ja sehr gut go съert erstmal gewacht also ich weiß ja dockings aber egal denn christ criticize nicht ein helles reinslicht aus meine gute die effekte Wheels intelligent verkürt direkte verkürzt die werkzeiten regelmäßigen abstand tp er ist ja unnormal will ich gar nicht wissen wie stark die dingen sein können eisen und das unsterbliche attribute trefft mit allen elementen an er könnte vielleicht nicht so gut sein aber naja wucht adal mal der verdammte resistenz gegen betäubung ein beispiel dass jemand nachempfunden ist in der eine ewige strafe abwüßen muss normal aufsteigende ja tp war auch natürlich ich kann mich ja gar nicht satz sehen ganz ehrlich die werden gut habe ich nicht verlehrt gekauft ja oder schwächer nee was hat ich verlehrt kein gekauft ich denke er mannstab habe ich echt nicht verlehrt kopf bin ich eigentlich verdammt wo ich mit lehrer noch mal kaufen verdammt friedens anhalte das habe ich gekauft genau habe ich nicht für lehrer gekauft mich eigentlich bescheuert naja anscheinend nicht war jetzt hier die ganzen dinger oder jesus ich werde es doch ein bisschen von den werten von diesen dingern hier irgendwie beeindruckt jetzt bei nach fünf sechs minuten ja wohl nehmen wir die mal vielleicht sind ja irgendwie besser auf dauer ich habe mich hat die immer so 9900 oder so haben wahrscheinlich erst wenn ich eine ganze menge irgendwie hier verwundet bin verbundet war wir sehen die geil aus ja dann jetzt noch die ganzen helme und so war rotsparet taktiker route bischof mütze stellen regelmäßig tp wer ja dann können wir glaube ich den ganz geben so gut in anderem bekommt ron wo ist bestimmt mich auf diesen afro passt zauberer rot taktiker route da wird irgendwie mehr passen so ohne so ungewöhnliches krönchen unschuldiges gröntchen das noch verlehrer also gemalt oder rosenband das sind gemacht hat er und geben wir das hier der kleine prinzessin seltene rum gegen betäubung gegen psyche über ihnen das hier und welch wahrscheinlich noch mal ja gehen müssen kaufen wahrscheinlich auch egal glitzer steuer achte ist nur für wieder okay nach wenigen muss ich dann noch einholen verdammt als die dinger blitzschutz ja eine gute voll starke und bahn haben schon gehört irgendwo stärke und sicher dazu hat hier eigentlich ist der jahr beziehung besser verdammt möchte ich noch mal neu kaufen egal rosenkleid warum macht das als uns gehen wir hier hat sie bekommt das hier für resistenten die an alle haben taktiker man ja auch mal jetzt ein bisschen schneller so aber eben muss ich jetzt noch mal neu kaufen alles wahrscheinlich na gut man hat ledig wir sehen spitze aus und machen ob ich jetzt verlehrer wirklich verpasst aber auch wirklich kein kauf konnte sondern habe ich sagen wir haben jetzt gute chancen glaube ich elite monster zu erledigen also ich auf screen und vielleicht kriegen wir jetzt sogar hat gebacken im bonus danschen ich würde sagen wir sind verarbeiten das sind jetzt 30 minuten ist verdammt lang deswegen sage ich jetzt einfach mal ich eine empathie und sage wir sehen uns in der nächsten folge verletzt wird jetzt auch sehr zwei ich bedanke mich alles wieso schon sagt tschüss bis zur nächsten folge